Ich rufe den ersten Kampffest auf, das ist eine Jugendpaarung, das heißt, das ist die einzige Jugendpaarung, das sind Kinder und alle weiteren Paarungen sind dann Erwachsenen in den verschiedenen Gewichtsklassen, die dann unterschiedlich aufgerufen werden. Und ich rufe jetzt auf eine große Hecke, Islam Kamsariev vom KPC Florensdorf. Blaue Ecke, das ist die Heime Ecke, Wladen Mitrovic von PowerFab Kickboxen. Wladen Mitrovic von PowerFab Kickboxen Wladen Mitrovic von PowerFab Kickboxen Wladen Mitrovic von PowerFab Kickboxen Vielen Dank. 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 Vielen Dank.